Der Bad Boy und die Milliarden-Erbin Der Ex-Häftling Jeremy Meeks und Topshop-Erbin Chloe Green sollen Nachwuchs erwarten. Das berichtet das amerikanische Magazin Us Weekly. Berühmt wurde der 34-Jährige durch ein Polizeifoto, das ihn 2014 zum Knastmodel machte. Eigentlich ist das gefragte Model noch mit Melissa Meeks verheiratet. Doch vergangenen Sommer tauchten plötzlich Bilder auf, die Jeremy knutschend mit Milliardärstochter Chloe Green zeigten. Melissa erfuhr durch die Medien von der Untreue ihres Mannes. Jetzt läuft die Scheidung. Aus der Sommerromanze zwischen Meeks und Green scheint sich etwas Ernstes entwickelt zu haben. Die Baby-Gerüchte würden es zumindest bestätigen. Wie übrigens auch zahlreiche Turtel-Fotos auf Instagram.